Dieser Ford Reinge mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der graue SUV ist viertürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV besticht durch sein edles Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, elektrische Sitze, ESP, Navigationssystem und vieles mehr. Das Sechsgang-Schaltgetriebe des Diesels überträgt eine satte Leistung von 200 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 31.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.